Sie hat ein schwieriges Feld vor sich, weil sie eigentlich nichts zu sagen hat, nichts zu bieten hat und deshalb mit vielen Worten kommt, die schön klingen, aber das, was eigentlich auf den Tisch gehört, das kann sie nicht leisten. Sie kann doch nicht mal sagen, warum es Deutschland nicht leistet, weil der Bundeskanzler die Entscheidung sich vorbehält und nicht sagt, warum er nicht entscheidet. Das ist für die Bundesaußenministerin eine ganz schwierige Lage und sie versucht sich irgendwie durchzumanövrieren. Sie ist nicht bereit, weiterzugehen, als der Bundeskanzler ihr Raum lässt, den sie betreten und bereden darf. Nehmen wir doch Taurus als das Beispiel, um das es jetzt momentan geht. Da erleben wir doch jetzt zum zischsten Mal diese Verzögerung bei Waffen, die die Ukraine A braucht, wenn Deutschland sie unterstützen will, diese Gegenoffensive erfolgreich durchführen zu können. Waffen, die die Ukraine schon hat, denn Großbritannien und Frankreich haben Marschflugkörper schon geliefert. Und die Taurus sind gedacht, die jetzt geringer werdenden Bestände aufzufüllen. Und der Bundeskanzler geht wie bei der Panzerdebatte her und sagt, erst wenn die Amerikaner liefern und das mit einem so fadenscheinigen Argument, nämlich dem Argument, die fliegen zu weit. Also wenn man sich mal eine Landkarte rausnimmt und sich die Grenze Russland-Ukraine anschaut, dann müsste man irgendwo die Reichweite bei unter einem Meter einrichten, dass russisches Territorium nicht erreicht werden kann. Das ist nicht wirklich ein Argument. Warum der Bundeskanzler das macht, das wissen wir alle nicht, weil er sich dazu nicht ernsthaft äußert. So wird das am Ende auch kommen. Und das trägt ja nun wirklich dazu bei, den Ruf Deutschlands zu schädigen, dass man sich von außerhalb sagen muss, so wie das der ukrainische Außenminister gesagt hat, naja, jetzt kann hier gesprochen werden, was will, am Ende macht er es doch. Es entsteht eben der Eindruck, dass Bundeskanzler Scholz mit aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, dann das Ganze zusagt. Aber was wir eben aus den von Ihnen angesprochenen früheren Verfahren inzwischen Schlussfolgern können, ist, die Waffen kommen dann zu spät, dass die Gegenoffensive eben so schwer vonstatten geht, liegt eben auch daran, dass die Ukraine so lange warten musste, bis sie ausreichend gerät hatte, das überhaupt zu starten. Und man muss immer wieder dazu sagen, kein NATO-Land hätte unter diesen Umständen mit dieser Bewaffnung diese Gegenoffensive gestartet. Man hätte gesagt, wir sind überhaupt noch nicht bereit, wir können das noch gar nicht. Und das ist etwas, wo man sich fragen muss, ob welche Interessen denn die Unterstützerstaaten der Ukraine scheinbar nebenher noch realisieren wollen, wenn sie ihren Worten, dass man die Ukraine dabei unterstützen will, ihr Territorium zurückzugewinnen und zu befreien, nicht wirklich die Taten folgen lässt, die angemessen sind. Es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von Spekulationen. Eine geht eben dahin, dass es immer noch den Gedanken gibt, man wolle Russland nicht provozieren. Man wolle Russland gegenüber sich irgendwie absichern. Das ist aber, wenn man sich die Interessenlage anguckt, überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Russland hat das Ziel, die politische Dominanz über Europa zu gewinnen. Und nur wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, wird es dieses Ziel zurückstecken müssen. Wenn Russland den Krieg schnell hätte beenden können, so wie das geplant war, wenn also 2022 im Sommer alles vorbei gewesen wäre, dann wäre die Angst noch größer in Europa, dass Russland eben erneut nach Außengewalt anwendet. Das ist inzwischen die außenpolitische DNA dieses Staates. Und deshalb ist überhaupt nicht zu verstehen, warum die Bundesregierung zögerlich ist. Denn die Ukraine verteidigt hier nicht Werte, wie das immer so schön heißt. Sie verteidigt die Interessen der europäischen Staaten mit, wenn sie Russland eindämmt.